ARD Text im Auftrag von Funk Hallo zusammen, hier ist der Baschkraft Mecke. Heute sind wir im Kanton Glorice unterwegs. Ha! So, wir haben jetzt ungefähr 250 Höhenmeter gemacht. Eine Kollegin von mir sagte, ich sei immer mit Jünglingen unterwegs. Heute auch wieder. Der Foksi ist auch wieder dabei. Die Vaseline haben wir zu Hause gelassen. Wir sind ein eingespieltes Team, brauchen wir nicht. So, der Bach hat heute ein wenig zu viel Wasser, um durchzuwarten. Man sieht hier oben einen Baumstamm, eine Furze. Eine riesige Kuhfladen mit Schnecken drauf. So, wir sind jetzt bei dieser Furze. Jeder falsche Schritt könnte ein sicheres Vollbad bedeuten. Im ausgezeichneten Orientierung des Mecke haben wir einen Einstieg auf Anhieb gefunden. Schau dir mal die schönen Blumen an. Was sind das für Pflanzen? Wir haben da so eine Art Klettersteig. Der Foksi hangelt sich hoch. Siehst du die schönen Blumen dort? Du machst es gerade kaputt. Du hast gerade die schönen Blumen verdrängt. Jeder Schritt könnte den sicheren Tod bedeuten. Wir kämpfen uns über die eher maroden Sicherungsvorrichtungen. Einem Foksi ist es nicht mehr so wohl. Im Hintergrund ist der Höhlenbach, der ist aber von einer anderen Hölle. Unten kämpft sich der Foksi. Über die maroden Anlagen. Der Foksi hat zugeschafft. Ich habe ihn jetzt extra dort in der Wand allein gelassen. Der alte Mann und der Berg. So, wir sind jetzt oben. Unter dieser Wand, die über ein halbes Jahrhundert die Höhlenforschungsgeschichte schreibt. Die sind hier jedes Wochenende unten im Sommer. Das waren noch richtige Mannen. Nicht so Pussis. Jetzt stehen wir schon unten an dieser Hölle. Also das ist der Höhlenbach. Wenige Meter. Vor uns taucht es auf. Das Höhlenbiwack. Da war so eine Menge freudige Männerstunde. Ich schaue jetzt schnell ein bisschen da hinein. Es hängt da sogar einen Schlatz. Und da ist verschiedene Kästchen. Dahinten hat es unter anderem Vaseline. Hier hinten ist das Höhlenforscher-Requipement. Ja, das ist alles. Elternmaterial. Gut, der Macke steigt jetzt nackt in seinen Unterschlatz. Ja, ja. Ich gucke lieber den Foksi an. Der Foksi steht hier vor einem Höhlenbiwack in einem Schlatz. Ja. Ja. Nur noch wenige Meter. Die Spannung steigt. Wir stehen hier vor einem Windloch. Ein riesiges 9 Kilometer Höhlensystem. Juhu! Juhu! Ha! Der Höhlenbach. Wir sehen, jemand läuft an Wasser runter. Der Foksi ist voll parat in das enge, schwarze, feuchte Loch einzudringen. Der Foksi ist voll professionell aus. Sag schnell ein paar Worte für deine Höhlenforscher-Kollegen. Nein. Eigentlich sollte dein Götti dabei sein. Ja, du bist dabei. So, wir sind jetzt voll parat. Gut eingekleidet. Jetzt dringen wir tief in das Höhlensystem ein. Der Foksi steht jetzt am Eingang. Hier haben wir eine Quelle. Jetzt haben wir hier schon das erste Graffiti. Vom Zürcher Speolo Club. Wittloch Forschung. Das waren glorreiche Zeiten. So, wir sind jetzt am Eingangsbereich. Man sieht hier die Froshtabsprengungen. Vorne kämpft sich der Foksi. Über die Felsklappzweiger führt uns zum Seegang. Jetzt sind wir hier schon im Seegang hinein. Hier sehen wir hier wunderschöne Schwerter. Und hier geht es in eine Spalte zu. So, jetzt machen wir hier ein paar schöne Aufnahmen vom Seegang. Überall die Schwerter, die oben hängen. Wunderbar. Dann das See. Warte, jetzt muss ich noch mehr sehen. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Oh, warte geil. Ist so geil. Schau mal hier. Wunderschön. So, der Foksi kämpft sich da durch das deusste Wasser vom Seegang. In diesem Fallschritt könnte ich jetzt vollkommen. an die Stelle, die beim ersten Besuch Feierabend war. Da bin ich einfach nicht mehr weiter. Und das hat so gewindet. Da bin ich jetzt gewindet zwar auch. Der Foksi kämpft sich. Ja, es geht. Er kämpft sich nicht. Er läuft normal. Ja, und das sind dann anfangs keine schöne Momente. So niederquerscht. So blöde Querschnitte. Ja. Wir haben hier so einen Quergang. Zackgasse. Und da ist der heroisch. So, der Foksi überwindet die Stufe zum Windgang. Es ist kalt. Es windet. So, wir stehen jetzt hier in einem wunderschönen, hohen Dom. Das könnte der Echo-Dom sein. Echo! Ha! 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 Eigentlich hätte ich so einen Kreichsee dazwischen sein. Dann scheint mir weggegangen zu sein, den letzten Fall. So, der Foksi ist jetzt in dem berüchtigen, berüchtigten Kreichsee. Ich bin schon ein bisschen nass geworden. Der Foksi hat den dichter Schlatz. Du bist einfach ein bisschen nass. Jetzt haben wir hier ein verendetes Gamsi. Wunderschöne Höhle. Ha! Punkt 17. Hier haben wir ganz schöne Kalkformationen. Wirklich schönes, helles, warmes Beige. Jetzt haben wir hier so einen typischen Wasserhöhlenquerschnitt. Es windet immer noch wie Sau. Jetzt haben wir hier wieder einen nassen Abschnitt. So, wir sind jetzt hier am Echo-Dom angekommen. Es hat technische Einrichtungen. Versuchen wir das mal schnell auszudeuchten. Das sieht man am Grund runter. Und hier oben. Und hier oben. Super geil. So, der Mecke. Ich versuche jetzt hier eine von diesen technischen Einrichtungen. Er war zwar vorher schon durch. Er macht jetzt einfach nochmal, wie es gut aussieht. So, ich bin jetzt die Leiter runtergekommen und stehe da in dem Echo-Dom hinein. Aha! 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 Echo-Dom. 244 Meter vom Eingang. Jetzt haben wir hier nochmal eine technische Einrichtung. Auch eine Leiter. Und da geht es weiter. Ein ganz, ein tiefer Seegang. Wow! Ha! Schauen wir euch mal das Wasser an. Schauen wir es an. So, jetzt sind wir hier an einer Sackgasse, wo der nasse Teil vom Windloch anfängt. Der Mecke geht jetzt. Hier oben wartet der Foxi. ECHO-DOM! Ja. Hey, das ist so geil. So, ich bin jetzt hier über eine tiefe Schlucht. Unten hat es blaues Wasser. Aber es geht nur nass. Da hinten geht es weiter. Hopp! Bist abbekommen, Foxi? Unglaublich. Der Foxi weiss gar nicht, dass er überpasst. Ich bin jetzt hier über die Schlucht hineinbalanciert. Jetzt gehen wir hier noch ein Stück schnell hinterher. So, jetzt schauen wir mal hier in die Schlucht runter. Super schön. So, jetzt laufen wir hier durch die wunderschöne Höhle durch. Mondmilch an den Wänden. Schau mal. Hier vorne kommt schon wieder eine tiefe Schlucht. Aus dem Mecke wieder voll konzentriert. Super, hey! So, jetzt noch ein paar geile Szenen. Wie hier der Wecke die Leiter runter geht. Jetzt schauen wir hier etwas mit dem vielversprechenden Namen. Lehmgang. Lehmgang ist immer gut. Es ist eng. Nass. Lehm hat es noch kein. Ja, das nehmen wir jetzt. Oh, jetzt bin ich ganz froh, dass ich meine Liste anstehen. Jetzt haben wir hier wieder so einen Rückweg. Es ist wieder lass. Geh jetzt hier mit dem Fuss rüber auf den anderen. Die letzte heikle Quere. Es geht da Meter tief in die Schlucht runter. Doch, geh mit dem Fuss rüber. Lass dich einfach rüber auf die Säule. Hä? Jetzt ruhig, lass dich. Lass dich. Jetzt bin ich eine verdrechte Stimme nicht. Nein, wo die Kere ist. Ich bin eine andere Stimme nicht. So, der Foksi hat einen anderen Weg gefunden. Cool. Sehr gut. Der Foksi zwängt sich hier durch den enge Gang. Über dem hohen Abgrund. Jetzt bist du ein richtiger Speleo. Jetzt machst du sogar deinem Götti etwas vor. Ich habe fast keine Kalt mehr. Wo muss ich da? Ja. Gut. Jetzt stehst du. Gut. Nur noch wenige Meter. Das ist schon wieder der Ausgang. Super Sache gewesen. Ich bin genau dort gekommen, wo ich wollte. Der Foksi vielleicht auch. Jetzt warten wir eben. So, wir sind jetzt schon wieder draussen. Es ist eine mega geile Hölle. Ha! Wirklich mega cool gewesen. Jetzt kommt der Foksi auch. Aus dem riesigen 9 Kilometer Höhlensystem raus. Das ist quasi eine Erstbefahrung für ihn. Wie war das? Wie fühlt man sich? Besser. Besser. Wirklich ja. Wie war das? Er schält sich jetzt aus seinem Schlatz. Was? Verdammt. Chippendales. Chippendales. Jetzt kommt es darauf an, was drunter geht. Hä? Geht es nicht weiter. Geht gut. Jetzt Teil 2. Warte. Mache so breitbeinige Posen. Doch. So breitbeinige Posen wie Chippendales. Ja. Das sind noch rechte Männer. So. Der Mache. Zwingt sich jetzt aus dem engen Schlatz raus. Zwingt sich jetzt aus dem engen Schlatz raus. So lecker. So sieht es. Es sieht ja sexy aus. Bei Chippendales sieht es immer so sexy aus. Gut schmücken wir nichts auf der Kamera. So. So. Ha! Jetzt schauen wir uns schnell das Piwac ein bisschen besser an. Es hat hier sogar einen Schlafraum. Der ist abisoliert mit Styropor. Wie überall Mausprobleme. Da hängen dann noch Schlafsackisomaten. So. Dann haben sie hier die Wäschleine gehabt. Dann haben wir ein schönes Podest mit Aussicht auf das Höhlenbächli. Da haben wilde Orgien stattgefunden. Also ich denke, die sind auch nicht immer da oben zum Höhlenforschen. Es war auch noch ein bisschen Hütchenfeeling gewesen. Und einfach ein bisschen Männer unter sich. Da haben sie sich da volllaufen lassen. Jetzt hast du wenigstens einen Grund zu zu Hause sagen, du gehst weg. Historisches Höhlenmaterial. Das ist noch Webmaterial. Aber die Steinklemmen hatten sie dort schon. Strickkleidern. Das ist wirklich geil. So. Jetzt werfen wir dann noch einen Blick ins Fahrtenbuch. Der Mecke hat letztes Jahr eingeschrieben. Der Hirte etwa diese. Und ihr werdet es nicht glauben. Ich denke, das sei reine Männerdomäne hier oben. Aber es ist etwa halb halb. Die Hälfte Männer, die Hälfte Frauen. So. Wir sind schon wieder auf dem runterweg. Das ist die hartsträubende Quere. Jeder Schritt könnte den sicheren Tod bedeuten. Es geht hier tief runter. Aber wir sind bald unten. Aber runter kommen wir sowieso. So liebe Leute. Wir sind schon wieder auf dem Retourweg. Es war eine super Tour. Ohne Vaseline. Bis zum nächsten Mal. Tschau zusammen. Es ist auch ohne Vaseline geflutscht.